Wir kommen eigentlich aus Heidenheim. Was machen wir hier? Wir sind bei unserer Schwester in München und die ist hier im Hasenberg immer tätig seit vielen Jahren und dadurch haben wir es kennengelernt und finden es super interessant, was sich hier entwickelt und ist sehr schön hier. Und wir haben schon ganz wunderbare Schallplatten in diesem Stand da drin. Und du? Hat dem nichts hinzu zu reden. Hat dem nichts hinzu? Okay.